... Immer dem Blut nach... Ja, das zieht sich durchs ganze Spiel, gell? Nein... Hätt' die Batterien noch mehr genug... Mehr noch vier dann... oder fünf... Was? Mach einfach auf, normal... Geht's nicht, oder was? Wir sind jetzt einmal im Vorführraum, oder? Du Leichtiger, was du fahren siehst... Battery... Super Batterie hier... Ich glaub, die kriegt da was Gescheites... Ja, ja... Eine Bazooka oder sowas... Der Key... Bist du noch nicht drinnen, hm? Sicher auf der anderen Seite... Wir probieren nochmal, ja gerne nochmal... Wir müssen's... Ja, geht... Ah, jetzt läuten die... Ah... Memorie... Fuck... Da kommt man nicht rein, oder? Das ist aber der einzige Weg... Ah, geht nix... Lüft und geschacht oder sowas... Oder... duckt irgendwo... Nein... Ah... Ah, da ist jetzt drauf... Wo ist denn der hier... Das war ein Geist oder sowas... Oder... Na, keinem kannst du auch schütten, oder? Okay... Jump... Jetzt hat die Kamera wieder verloren, oder? Nein... Wah... In die dritten Etage... Wie viel denn noch... Verdammt... Das heißt, stattdessen schnitzelt... Das kannst du zuhause haben... Tau... G.H.T. Seppige Onswerbath in your city... Re-Prinzare here... Plus our latest design challenge... Also das ist definitiv der Dei-Jap... View in Browser-Ad... So... Jetzt darfst du wieder... Schon wieder viel... Äh... Genug gespielte... Hast... Bitteschön... Jetzt schau' ich mich gleich... Probier an die... Bitt... Man sieht das an dem massiven Kameraeinsatz... Die klasse... In die Freiheit... Was... Hab ich da jetzt gemacht... Schließen... Im dritten Stock wollen wir nicht... Ja... Wo komm ich... Geradeaus weiter... Ok... Boah... Naaah... Nicht so gut... Geradeaus weiter... Durch hier... Rechts... 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 Na... Halt... Geh geradeaus für... Bis zur... Und jetzt rechts... Rechts... Ja wo... Rechts... Da... Geht nix... Dann spring auf... Irgendwie muss das gehen... Shit... Alter... Ich komm nur hinten raus... Wo da einer ist jetzt... Das stimmt auch... Ja... Ja... Das stimmt... Bei den Abgeordneten... Checken die nix... Oder? Sie sehen nix... Und hören nix... Die riechen da uns auch nix... Wenn sie selber so stehen... Dafür haben sie... Riesenpenisse... Hehehe... Je größer der Penis... Das ist doch schwer... Das stinkt doch... Geh... Hey... Der geht wohl als Zweiter... Verfließt das nur... Das ist auch nix... Ne... Du musst den dritten Stock... Auf jeden Fall... So viel raus... Na ja... Warte mal... Das ist der seiten Gang... Schon wieder... Das passt schon... Oh nein... Ja komm... Rein einfach... Ja... Ich muss aber da rechts... Bei der Tiere rein... Wo genau der steht... Das ist das Problem... Den Schmäh haben sie schon einmal gemacht... Pass auf nicht... Dass hinter dir wer kommt... Oder so... Ah ja... Stimmt... Ah ok... Da kommt keiner... Ja und jetzt... Der rennt jetzt sicher gleich wie... Ihr Ritter her oder? Nein... Du musst glaube ich zu dem gehen... Die glauben nicht... Der Nocker... Der kennt kein Barmen... Was denn... Ja der kennt noch gar nicht... Die Trottel... Tschüss... Das hilft trotzdem nix... Zusammengewachsen... Unglaublich... Der hat... Ein Elefantenrest ist ein Scheiß... Der trinkt... Der trinkt... Der trinkt wahrscheinlich mit dem oder so... Ich halt mein Rüssel überall... Dein Faust groß... Uah... Und jetzt... Na... Merkopf... Na wenn man in die rechte Türe nicht kann... Dann geht man halt in die linke... Nicht wahr... Und wenn man in die linke nicht kann... Dann... Geht man in die gerade... Da steht auch noch... Einen dunklen Weg... Ist er das? Möglich... Jetzt schauen wir mal wie keine Lächer sind... Es schaut nach vorne aus... Siegewind... He... Ich glaube nicht, dass das der ist, oder? Nein... Ja... Das lässt sich vielleicht mal in Ruhe... Du waren mal noch nie... Jetzt, gell... Ne... Waaah... Du siehst... Wieder mal gar nichts... Da spielt da Musik... Die Orgelmusik... Alter... Das ist der Partyraum... Poolzimmer... Da waren wir schon ein paar Mal... Da hab ich schon gute... Legendäre Partys gefeiert... Was ist das? Nein... Da beten... Ja... Da... Da betest du zum falschen Gant... Okay... Da wollen wir... Exit... Klo hab ich genug gesehen... Wahrscheinlich genau jetzt... Wenn wir es brauchen... Ganz sicher... Die tun alle beten da... Das... Okay... Glaub jetzt passiert... Glaub jetzt passiert... Glaub jetzt passiert... Glaub jetzt passiert... Wir haben da... Wo wir hier... Was reden... Da ist nix... Glaub jetzt... Glaub jetzt im zweiten... Oder im dritten... Glaub jetzt im dritten... Oh... Ich komm wieder weiter... Ah... Da ist nix... Da war auch nix... Jetzt oder? Nein... Da muss ich eigentlich hinterziehen... Wahrscheinlich... Hallo... Entschuldigung... Wo geht's zum Fahrer... Wo ist der Fahrer... Wo ist der Fahrer... Notfall... Fahrer-Notfall... Dann kann es nur mehr da sein... Beim Fenster raus... Ah... Ich schau her... Da hab ich's gewusst... Geh... Gehen wir zu dem anderen rum... Ah... Schon cool aus... Ja... Ist es da hell schon... Ja... Das waren dann die Melis... Dann ist das Spielwerk... Nicht mehr so schlimm... Wenn es hell ist... Hm... Vertreib die bösen Geister... Ah... Gott heiz... Ja... Ja... Chapelle... Gott heiz... Ah... Ein Ministrant ist das schon... Ah... Schreckt das noch... Ah... Alter... Das ist ja nicht möglich... Oder? Er ist so dick... Leute... Du hast dir die Nudeln her... Die waren sicher im früheren Leben... Porno da stehen... Ja... Genau... Da sind sie bestraft worden... Rocker... Und... Charger... Alter... Mit uns haben sie geheizigt... Oder was? Zurke reizigung... Mein Job... Oh... Du allein... shall escape Talva... Hä? This is your penultimate act of witness... The promise of the prophets was always freedom from death... And... And here it is... You will watch... Recording my death... Ah... 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 Und ich check neuerne... Du musst da gehen... Der wird sich bloß selber geheizigen... Der wird nur ein wahnsinniger... Oder? Ah... Ah... Tschüss... Machts gut ihren Arm... Jetzt schau mal... Der zwölf ist der noch nicht... Ich wollte mich bei der... Ja... Das ist... Das ist... Jetzt... Weil... So... Ah... Aufziehen... Ganz nah... Oder? Ist du blöd... Der ist ja nicht ganz bock... Es zieht... Der Aufziehen... Zum Hallen... Der Arsch... Schau... Schau... Sonst... Sonst habe ich keinen Eintritt zu weit... Ha... Ha... Okay... Wie renne ich sonst den dritten Stock oder was... Dass ich da nicht zuschaue... Ja... Oh... Alter Froda... Der hat verbrannt... Er wirklich gefällt... Ah... Okay... Okay... Ha... Ha... Okay... Das ist... Schwer abskur oder? Wow... Na gut... De... Die... Die... Schwarzmetschen... Und... Der hat auch nichts mehr... Ich muss den Aufzug auch... Weg 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 weg... Und... Wieso... Haben sie den jetzt anzutten eigentlich? Ich habe es auch nicht verstanden... Ich... Ich muss ihn auch lösen... Ich bin so ein Hiob oder so... Wer war Hiob oder Hiobsbotschaft? Keine. Aber da hat der Jesus bestraft und so. Ah, endlich. Oder der Herr. Da geht's aber auch für. So, ich glaub... Wir sind am Ende nahe. Ich glaub... Ich hoffe es. Und dann war er Wahnsinn drin. Ah, Scheiße. Zum Golden Unfilson, oder? Zuhu,uhu,uhu,ohu, Latin nicht. Wir sind frei. Ah, Fack! Exiiit! Da ist dann der Schlüssel... Die haben ja keine Ahnung, wo ich hin rennen kann. Die Musik macht, ich hab ja ganz panisch. Geh auf wieder, du Trottl! Ja, das wars. Beam, tot, arm ausgemissen. Jetzt sind wir beide so schwitzwertig. Jetzt hab ich schon alles selber gelöst. Ganz allein. Ja, genau. Ja, wohin? Jetzt kommt er schon wieder, oder was? Ja, ne, nicht doch. Wo haben wir gesagt? Versteht mich jetzt. Ja, tolle Idee. Ja, super. Ach so, ja, cool. Sport. Der lacht so geil. Ja, der lacht mir aus, wie er dann mein Arm ausreißt. So, ey, du Dauernbauer. Du bist jetzt ein Einheimiger-Zombies. Du bist jetzt ein Einheimiger-Zombies, hm? Also, das ist zu mir nicht, gell? Ich seh mich schon wieder ohne... Ohne Arm. Ja, versteckt man sich wieder... Na, geh, leg mich doch! Ja, machen Sie es besser, Herr Downbringer. Nur am Sterb. Du hast keine Chance, jetzt kommt er schon. Bumm, 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 bumm. Ja, genau. Tier zu, Tier zu. Unsofort deine. Weil der sucht ja dann nicht in den Raum, wenn's der Fan, wenn ich nicht mehr da bist. Obwohl es keinen Ausgang gibt. Ah, weh. Oh, den Falschen, der Wisch, der Trottl. Ich glaub, ich mein ins Falsche Zimmer gegangen. Ganz eine gleiche Sache. Ist das nicht zu bald? Zahlt er alle Tieren ein, oder was? Noch wo hin müssen? Ah, der war da gleich hinten. Der hat die andere Tiere, ich hab das gesehen. Naja, warum entspannt, wenn's stressig geht, ne? Ja, da war ich auch schon, hundertmal. Ah! Lass mich doch in Ruhe aufs Klo gehen. Du musst nicht los. Ich muss nicht. Da kommst du raus. Ah, ja, da haben wir schon gekocht, ja. Mehrfach. Au, und schon wieder. Da könnten wir ein Fehler-Tap-Video machen daraus, ja. Ja. Wo kommen wir denn her, oder? Irgendwo rein, ey. Da war irgendwo ein Fenster, weißt du? Aber ich weiß nicht mehr, was das für ein Zimmer war. Ja, das hilft mir nichts, der Ratte. Oder das, glaub ich, ich hauen am Tier rein. Ah, du hast ihn abgeschüttelt. Er kann nicht nur so. Da waren wir. Ja. Nein. Nein, lass mich ausziehen. Er macht dir zu, wenigstens. Ja, irgendwo geht er ausziehen. Bis... Back on the pad, yeah. Downbringer hat man's nicht geglaubt, die ist unfähig. Ja, genau. Ich hab ihn wenigstens mehr wie dreimal erwischen lassen. Also, irgendwo geht er rein, gleich. Schau nach, das ist finster. Ja, nein, hab ich auch gekauft. Nightwishin. Er geht jetzt links, ja, jetzt bin ich in die erste reingegangen. Weil der hätte ich gar nicht gesehen. Er hat's nicht rein, oder? Hat er sein? Ja, er hat sein. Jetzt geht er wahrscheinlich links weiter. Ich muss da hin, wo er gekommen ist, glaub ich. Ja, aber woher ist er gekommen? Wenn ich da jetzt rechts geh, dann gleich wieder rechts. Nerv du es. Ja, jetzt steht er wahrscheinlich vor der Tiere. Ja, ich hab gemischt. 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 Ja, da ist er hergekommen. Wo muss ich jetzt hin? Ja, irgendwo da hin. Ja, irgendwo da hin. Ja, so ist die Kamera gar nicht mehr. Ja, das ist jetzt. Ja, ja, passt. Boom. Ja, ho. Zack, in der Fresse. Wenn ich denn jetzt auf Skier fahre, weißt. Da sind wir richtig. Da muss ich auf, genau. Ja, genau. Good job. Und jetzt? Schaut so wie keiner raus. Ja, Dicker. Mit dem hast du nicht gerechnet, weißt. Was? Da sind nach 15 Tries einfach mal davon gekommen. Ja, da geht's runter jetzt, oder? Nein, sicher nicht. Ich trau's dich mit ihm. Ja, sicher. Du musst ja runter. Ja, ich muss ja runter, oder? Ja, scheiße. Und wo hin dann? Ja, auf die Hinterseiten raus und da gehst du weg, gesehen. Vom Haupteingang. Oder? Ah, mein Lieben muss runter, oder? Was runter? Du willst runter, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Nein, du bist runter, oder? Was willst du oben tun? Ich hab' doch keine Ahnung, oder? Der hat sich gerade selber gereizt. Ah, ja, stimmt. Natürlich geben wir. Der stimmt, ja. Na, warten wir mal auf uns. Na ja. Ich hab' alle Knöpfe gedruckt. Aha. Na. Das ist doch super, oder? Na, ich mach's nicht gut. Ja, sorry. Ist nicht aus. Wieso ist er da jetzt nicht ausgefliegen heute? Ja, schauen wir mal wieder hin vor. Ja. Oh, ey da.